Nico ist 32 Jahre alt und er ist Geschäftsmann. Er hat Wirtschaft studiert und hat eine eigene Firma. Jeden Tag hat Nico viele Termine. Bei der Arbeit trägt er fast immer einen Anzug, ein Hemd und Schuhe, die dazu passen. In der Freizeit ist er ganz anders angezogen. Er trägt sportliche Kleidung. Maria ist Studentin. Sie hat kein Auto und ist viel unterwegs. Sie zieht sich sportlich an. Meistens trägt sie eine Jeans, ein T-Shirt und bequeme Turnschuhe. Maria zeigt manchmal auch ein Kleid an, wenn sie zu einer Feier oder zu einem Termin geht. Ihre Kleidung kauft sie meistens bei H&M oder bei C&A. Da ist es nicht so teuer und die Sachen gefallen ihr. Karin ist Ärztin von Beruf und weiß ist ihre Farbe. Bei der Arbeit trägt sie immer eine weiße Hose, eine weiße Bluse, weiße Schuhe und einen weißen Mantel. Privat ist sie ganz anders angezogen. Sie mag ihre Berufskleidung und fühlt sich wohl, wenn sie weiß trägt. Bei der Arbeit trägt sie immer eine weiße Bluse, weiße Schuhe und eine weiße Bluse, weiße Bluse, weiße Bluse, weiße Bluse, weiße Bluse, weiße Bluse, weiße Bluse. Sie können sie mit seinen Geset für eine Ate. Sie haben wenn sie mit einem Ate.